Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen zu einem neuen Gameplay. Ich stelle euch heute das Spiel Wave Cycles vor, oder Circles. Ja, ist auch wieder so ein Rhythmus Spiel a la Synth Riders, würde ich sagen. Nur auch wieder komplett andere Musik und ein bisschen anderes Gameplay. Ich drehe mich mal um, dann passt das auch wieder besser. Ja, es gibt hier auch Custom Songs. Ich habe mich jetzt noch nicht darum gekümmert, welche runterzuladen, aber die Funktion ist auf jeden Fall integriert. Wir haben auch eigentlich gar nicht, also wir kommen genau in dieses Menü hier rein und das war's. Wir starten jetzt hier mal. No fail oft. Ne, wir machen schon mit Fail, ne. Bubbles, Circles, Portals. Machen wir mal normal. Also Easy hat die Sendora auch gespielt. Ha, die Niki hat die auch gespielt. Ja, machen wir mal normal. Sieht auf jeden Fall cool aus. Kann man echt nichts sagen. Man kann die auch direkt hier wirklich wegkicken. Ich weiß nicht, ob ich nicht ausweichen muss, aber da gehe ich mal stark von aus. Hier muss ich mit dem Kopf durch. Ich weiß gar nicht, sind bei Synth Riders die Farben andersherum? Bin ich mir gar nicht sicher. Hier muss man auch wieder ziemlich weit auseinander. Ja, das Spiel ist mir gerade abgestürzt. Keine Ahnung warum. Probieren wir mal anders. Komm, dann machen wir mal. Hört sich doch gut an. Oh Gott. Oh, man muss jetzt. Das war schnell. Okay. Da bin ich gerade gar nicht durchgestiegen. Da bin ich gerade gar nicht durchgestiegen. Boah, das ist schwer. Boah. Boah, ist das. Das ist echt hart. Boah. 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 Boah, das ist auch anstrengend. Und dann immer mit dem Kopf da rein. ich will nicht noch mal probieren das Menü ist ein bisschen komisch gemacht, finde ich kann man sogar warten mit Musik, äh, mit Gesang das ist auch mal was anderes gefällt mir ein bisschen besser als das, was ich letztens im Livestream getestet hatte ich komme jetzt gar nicht mehr auf den Namen das ist das ist Vom Look her gefällt mir SynthRise es immer noch besser. Aber jetzt haben wir ein bisschen Abwechslung wenigstens bei der Musik. Nicht nur elektronisch, ist auch nicht schlecht. Was kann ich dadurch auch noch automatisch mit dem Kopf um ihn zu gehen? Ja, we're steppin' out of the shadows. Bone-breakers, movers and shakers, to all the high-stage players. Don't ever silence your boards, dream-makers, risk-takers. Bone-breakers. Bone-breakers. Och. Okay. Nächster Song. Schon mal nicht schlecht. Dann mal hier. Mover. Steht aber auch keine große Erklärung dabei, oder? Nö. Was haben wir denn hier? Wie viel haben wir denn hier überhaupt? Das hörte sich gerade ruhig an. Das auch. Das auch. Sleep tight. Na komm, das machen wir mal. Ich probier auch wieder nochmal. Wenn ich nicht so weit auseinandergehe, ist das echt schwierig. Naja, ich weiß, ich hab's verkackt gerade. Also, Songs find ich jetzt gar nicht so schlecht hier. Manchmal bin ich dir sicher, ich komm dran und komm doch nicht dran. Boah, wie schnell. Boah, wie schnell. Aber hier könnte jetzt auch stehen, ja, erstmal klar, wie viele Punkte haben wir? Steht da. Und auf welchem Platz wir uns befinden? Platz? Nee, bei normal bin ich auf Platz. Wie null Punkte. Ich hab doch gerade Punkte gemacht. Ah, Platz 5. Also, mit Platz 5 kann ich leben. Sunny Days. Nee, Mama. Nee, Mama. Musik Da kam ich jetzt gerade nicht hin, weil da meine Wand ist, wird sich aufblöht. Oh ja. Ich habe mir gedacht, ich habe den Kopf gekriegt. Ja, ich war zu nah. Dann machen wir aber nochmal, ja. So. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Platz. Ich muss jetzt nicht lachen und konzentrieren. Oh, wenn es witzig ist, wie der schreit. Oh ja. Oh ja. Das ist aber böse. Wenn die direkt danach kommen. Komm. Wenn ich da bin. So, die letzten drei, da suchen wir uns jetzt einfach aus. Als Abschluss. Als Abschluss. Ja. 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 Nehmen wir. Mal schauen. Ein bisschen rockig ist gut. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich habe es geschafft. Das ist doch nicht wahr, oder? Ja. Das ist doch nicht wahr, oder? Es ist doch nicht wahr, oder? Ja. Okay. Ich könnte es jetzt umgreifen. hab ich verloren, ja. Alter, das kann doch keiner schaffen. So, dann nehmen wir doch das ruhigere Lied. Als Abschluss. Meine Güte war das. So. Nette Stimme. Das ist ja noch machbar hier. Habe das gerade? Ne. Also da hören meine Rhythmus-Skills auf. Hier muss man ja richtig tanzen, ey. Boah, jetzt wird es schwer. Problem ist, durch die ganzen Schlangenlinien sieht man manchmal gar nicht, wo hier noch eine Kugel ist, wenn die dahinter steckt. Ich kann gleich wieder duschen gehen. Wow. Ich kann gleich wieder duschen gehen. Wow. 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 So. Kann ich jetzt mal verlautchen? �ה Sound. ��ke Tell. Hier war wieder meine Mauer. Und Tracking hat gerade mich mit den Stich gelassen. Wann ich muss das Umgreifen falsch gemacht? Ich muss mit dem Playspace bald anders sitzen, das ist für deutsche Spiele echt böt. Wir haben auch ein Mist. Okay, dann muss ich mir das jetzt nicht, den nächsten. Findet ihr das denn besser bei solchen Spielen, dass ich wirklich zum Rücken spiele oder wollt ihr mich trotzdem in der Front sehen? Also ich finde, so macht das mit den Bewegungen auch mehr Sinn. So, jetzt reicht es aber. Ich will wissen, wo ich bin. Zweiter. Gar nicht schlecht. Ja Leute, das ja Wave Circles. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Und falls mir noch kein Abo gegeben hat, lasst mir doch bitte ein Abo da. Da freue ich mich immer drüber. Ja, als kleines Fazit. Also ich finde die Musik hier gar nicht schlecht. Also hier gibt es verschiedene Musikrichtungen. Besser als beim letzten Spiel. Also mir fällt das aber absolut nicht ein, wie das heißt. Was ich im Livestream gezockt habe. Also musiktechnisch gefällt mir das ganz gut. Vom Look her auch. Also könnten Synth Riders Konkurrent werden. Custom Songs sind ja auch möglich. Muss ich mir beim nächsten Mal mal anschauen. Ja. Könnte ein nettes Rhythmusspiel werden, würde ich sagen. Ja. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.